Musik Eine amerikanische Truppenparade. Unter dem Sternenbanner siegreiche Soldaten und Marlene Dietrich. Mit ihnen ist sie in den Krieg gezogen. Mit ihnen hat sie ihn gewonnen. Gegen Hitler und gegen Deutschland. In ihrer Heimat hat man sie dafür zur Verräterin gestempelt. Für die Sieger ist sie eine Heldin. Eine geheime FBI-Akte verrät, was sie damals wirklich wollte. Hitler töten. So soll sie geplant haben. Begegnen wird sie ihm nie. Aber er wird alle ihre Filme sehen. Und er wird versuchen, sie für sich zu gewinnen. Viele amerikanische Filme liefen ja bei uns so. Die in der Öffentlichkeit nicht liefen. Auch englische. Und da hat er die Marlene Dietrich, also beruflich, schauspieler, hat er die immer gelobt. Aber wer hat er sonst immer gesagt, eine Hyäne. Eine Hyäne hat sie betitelt. Warum, was weiß ich, was eine Hyäne. Hat er nicht mögen, weil sie abgehangen ist. So kennt man sie in Deutschland. Mit Emil Jannings spielt sie im Film Der blaue Engel. Marlene, die Verführerin. Marlene Dietrich Collection in Berlin. In diesem Archiv lagert alles, was Marlene seit dem Beginn ihrer Karriere gesammelt hat. Und sie sammelte alles. Zehntausende von Alltagsgegenständen, Kleidern, Dokumenten. Erinnerungen. Ein ganzes Leben verpackt in Archivkartons. Darunter auch ein Zigarettenetui. Die Zigarette als Markenzeichen der Femme Fatale. Die Dietrich formt einen neuen Frauentyp. Schön, selbstbewusst, fast überirdisch. Sie war beleuchtet, so von einem Licht. Und sie sah wie kein anderer Mensch an Schönheit. Ich hätte keinen anderen Menschen gesehen, der so faszinierend schön war. Berlin um die Jahrhundertwende. Marlene Dietrich wird in eine wohlhabende Familie geboren. Die Geburtsurkunde nennt ihren Taufnamen Marie Magdalene Dietrich. Geboren am 27. Dezember 1901. Eine preußische Familie wie aus dem Bilderbuch. Schwester, Mutter, Vater und Marie Magdalene. Sie war an und für sich mehr, kam nach ihrem Vater als nach ihrer Mutter. Sie war immer der preußische Offizier, mehr oder weniger. Und sie wurde ja durch den Vater, sie hat sich ja auch manchen Männernamen zugelegt und später dann eine Männerkleidung getragen. Also sie war das Kind des Vaters. Ihre Schule in Berlin. Hier herrscht strenge Zucht. Höhere Bildung für höhere Töchter. Selbstdisziplin, das wird hier gelehrt. Härte gegen sich selbst und gegen andere. Das Notizheft der Schülerin. Eine ungestüme Handschrift. Und am unteren Rand mit künstlerischem Schwung der neue Name, den sie für sich erfindet. Marlene Dietrich. Der Künstlername ist gefunden, der Star noch nicht. Das Klassenfoto zeigt ein dickliches Mädchen. Doch der Blick verrät schon Entschlossenheit. Der Erste Weltkrieg verändert auch Marlenes Welt. Ihr leiblicher Vater, Louis Dietrich, ist schon tot. Ihr Stiefvater, der Offizier Eduard von Losch, fällt an der Front. Marlene flüchtet sich in schöne Kindheitsträume, in die Musik. Sie will Musikerin werden, Geigerin. Es war meine schönste Zeit, wird sie später sagen. Schöngeistiges Ideal oder nur Selbsttäuschung? Ich glaube, diese bürgerliche Jugend ist eine spätere Stilisierung. Die war nicht ganz so bürgerlich, wie sie das später geschildert hat. Das heißt, der Schritt zur Revue und zum Theater, zum Tingeltange, war etwas leichter. Sie hat diesen Schritt gemeistert mit preußischer Disziplin. Berlin in den Zwanzigern. Eine Nachkriegsstadt im Wandel. Nachtleben, Theater, Leuchtreklamen der Revuen. Kein Platz für Poesie. Das Geigespielen gibt sie bald auf. Jetzt nutzt sie ihren Charme. Und ihre schönen Beine. Und ihren Ehrgeiz. Bald kann man Marlene jeden Abend auf der Bühne sehen. Marlene, ihr wollte vorwärts kommen. Sie war ja vollständig, es war ja vollständig klar, dass sie mal Schauspielerin werden wollte. Aus, fertig. Über Deutschlands Straßen marschieren schon die Aufrührer. Sie nennen sich Nationalsozialisten. Ihr Anführer Adolf Hitler. Ein Agitator aus dem Rheinland soll für ihn Berlin erobern. Josef Goebbels, begeisterter Kinogänger und späterer Filmminister. Magie eines neuen Mediums. Die Kinokassen klingeln umso lauter, je trostloser die Realität ist. Eine aufstrebende Branche. Auch für Marlene. Ihre erste Stummfilmrolle, 1922. Mit 21 ist sie noch alles andere als ein Vamp. Sie hat versucht, in den Stummfilmen und in den frühen Tonfilmen Verzweiflung zu spielen oder Hilflosigkeit oder so was. Und das ist nicht so toll gelungen. Je mehr sie sich aber reduziert hat, je cooler sie war, je weniger sie versucht hat zu spielen, desto besser wurde sie. 1923 heiratet sie Rudi Sieber, rechte Hand eines Filmproduzenten. Eine Traumehe. Nur auf dem Foto. Und plötzlich war Onkel Rudi da und zwar der Mann von Marlene. Und das war, wie soll ich sagen, so eine zweiwöchige Angelegenheit, wo man darüber sprach. Und dann passierte das, dass Rudi Sieber nie wieder auftauchte. Harmonie, nur fürs Familienalbum. Nach der Geburt der Tochter Maria, ein Jahr später, steht die Ehe nur noch auf dem Papier. Andere Männer, andere Frauen. Und die Karriere. Der deutsche Film sucht neue Gesichter. Marlene wird in 16 Stummfilmen spielen. Bis zu dieser entscheidenden Tonfilmprobe. Film 701, Sternberg, Frau Dietrich, 195, Aufnahme 3. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew. Nochmal. You're the cream in my coffee. Ein voller Erfolg. Der Hollywood-Regisseur Josef von Sternberg entdeckt ihren frechen Charme und bietet ihr eine Hauptrolle an. Als Lola, Lola im Spielfilm der Blaue Engel. Die Rolle ihres Lebens. Man hat Marlene immer geglaubt, was sie gespielt hat. Sie hatte auch als Frau eine ganz, ganz starke Ausstrahlung. Sie war ja das, was wir heute unter sexy verstehen. Das war sie hundertvorsichtig. Gleich nach der Uraufführung verlässt Marlene Berlin. Sie ist ein Star. Auch für Hollywood. In Übersee lässt sie sich von der Paramount engagieren. Keine Entscheidung gegen Deutschland, sondern eine für ihre Karriere. Jeder, der die Möglichkeit dazu gehabt hat, hätte es sicherlich gerne getan. Aber es war nicht so einfach. Ja, die hatte das Glück, dass sie also mit dem Sternberg nach Amerika gegangen ist. Und hatte das Glück, dass man sie dort auch hat arbeiten lassen. Das Glück einer Karriere und das Glück, Deutschland vor 1933 zu verlassen. Marlene tritt fast schüchtern in die neue Welt ein. Als Geschöpf ihres Meisters Josef von Sternberg. Er wird sie berühmt machen. Und zum Mythos stilisieren. Ihr erster Film in Hollywood, Morocco. Marlene als Vamp in Männerkleidern. Eine Versuchung für Männer und Frauen. Morocco wird ein Welterfolg. Doch eine Sehnsucht bleibt. Sie hat selbst in Hollywood gesagt, also ich muss wieder nach Deutschland, also 1932. Die Leute wollen, dass ich auf Deutsch spreche und die wollen mich in deutschen Filmen sehen. Es war ja auch nicht so, dass der deutsche Film irgendwie schlecht gewesen wäre. Also man denkt mal an Fritz Lang, der hat dort Filme gedreht, an GW Papst und so weiter. Der deutsche Film hatte ja Weltgeltung 1932. Und das alles war ja dann 1933 wie weggeblasen. Berlin 1933. Die Nacht der Machtergreifung. Im Fackelschein marschiert Hitlers SA. Siegesstimmung. Adolf Hitler ist Reichskanzler. Sein Deutschland wird ein anderes werden. Ein Deutschland, das Marlene verachten wird. Antisemitische Hetzparolen auf den Straßen von Berlin. Viele von Marlenes Freunden sind Juden. Rudi Sieber schickt ein Telegramm. Situation Berlin fürchterlich. Juden unserer Branche, Paris, Wien, Prag. Jetzt ist Deutschland kein Land der Sehnsucht mehr. Sie hat das nicht gut geheißen, was hier die Nazis gemacht haben. Und hatte die Möglichkeit, dem zu entrinnen. Das kann man ihr nicht übel nehmen und auch nicht als Vaterlandsverräterin auslegen. Das ist Quatsch. Marlene ist alles andere als ein politischer Aktivist. Sie ist leidenschaftliche Arbeiterin in der Traumfabrik Hollywood. In einer bonbonfarbenen, isolierten Welt, deren Studiotore sorgsam bewacht werden. Hier werden Filme industriell produziert. In gigantischen Studios. 1936. Immer aufwendiger werden die Produktionen. Für den Film The Garden of Allah hat man eine Zeltstadt in die Wüste gesetzt. 250 tapfere Hollywood-Pioniere, so schwärmt der Kommentator, machen sich auf in die glutheiße Wüste. Auch Marlene Dietrich. Für die Schauspielerin ist es eine schwere körperliche Belastung. Marlene kann in dieser Welt bestehen. Makellose Schönheit bei 40 Grad im Schatten. Preußische Tugenden? Sie war ja sehr organisiert. Manchmal zu viel organisiert. Das weiß ja jeder, wenn sie irgendwo hinkam, dann hat sie erst mal sauber gemacht. Das wurde also erst mal, stand Marlene Dietrich da und machte wirklich alles sauber, aber auch alles. Einer von den vielen Koffern der Marlene Dietrich. Ein Koffer nur mit Pflegemitteln für ihr Haar. Der Kampf der Marlene ist der Kampf um Perfektion. Mit all ihren Koffern geht die Dietrich 1937 auf Reisen. Zurück nach Europa. Heimatgefühle? Der Hollywood-Star in Paris. Marlene liebt die Stadt. Und die Stadt liebt Marlene. Und dann Deutschland ganz nah. Die Dietrich auf dem Bahnhof von Salzburg in einem extravaganten Trachtenkostüm. Sehnsucht nach der alten Heimat? Keine 50 Kilometer entfernt, auf dem Obersalzberg in Berchtesgaden, residiert ihr heimlicher Verehrer. Er sieht ihre Filme bis in den Krieg hinein. Künstlerisch, Filmstabspieler hat das, er hat das belobten. Kann keiner so wie sie, hat die Meinung. In jedem Wort seine ganzen Mitschmidt-Betrachter da. Filmminister Josef Goebbels wird von Hitler beauftragt, den Hollywood-Star nach Deutschland zurückzuholen. Das wäre ein gewaltiger Propaganda-Coup. Das private Tagebuch des Dr. Goebbels. Handschriftliche Aufzeichnungen erhalten als Mikrofilm. In seinem Tagebuch notiert er über seine Bemühungen um Marlene. 7. November 1937. Intendant Hilpert fährt nach Paris, um Marlene Dietrich nach Deutschland zurückzuholen. Das wäre für uns ein großer Gewinn. 12. November 1937. Marlene Dietrich kann erst in einem Jahr in Berlin auftreten. Aber sie steht fest zu Deutschland. Illusionen. Marlene vertröstet geschickt die Liebeswerber aus dem Nazireich, diplomatisch auf das Wohl ihrer Mutter in Berlin bedacht, ohne Goebbels zu verärgern. Persönlich, schreibt sie, leider treffen derzeit nicht möglich da lange Verträge. Gezeichnet M.D. Später wird sie kokettieren. Wenn ich gegangen wäre, dann hätte ich ihm vielleicht alles ausreden können. Ihm? Hitler? Krieg und Holocaust? Offiziell war nichts bekannt. Also ich kann mich daran nicht erinnern, soweit ich dann später Zeitung gelesen habe, nie etwas davon gelesen. Und das ist ja klar, die Nazis würden ja nie bekannt gegeben haben, dass Marlene Dietrich es ablehnt, den Angeboten aus Deutschland zu folgen. Die Nazis. Tag der deutschen Kunst in München. Die Kunst steht vor dem Führer stramm und hat sich vom Rest der Welt abgekoppelt. Viele große Künstler sind längst emigriert, haben Berufsverbot. Auch Filmschauspieler und Regisseure. Was Kunst im Deutschen Reich ist, bestimmt jetzt Hitler allein. Warum sollte Marlene zurückkehren? Sie weiß, was sie erwartet. Marlene Dietrich, die hat man ja oft gebeten, gewissermaßen sich vor den Propagandakarren sparen zu lassen. Die hat das natürlich von außen her durchschaut und hat da nicht mitgemacht. Man hat ja oft sich bemüht, sie reinzuholen in diese Propagandamachinerie. Dagegen wehrt sie sich. Ein besonderes Dokument. Wenige Wochen vor dem Krieg singt sie Frankreich ein Ständchen. Eine demonstrative Botschaft auch an ihn, der jetzt den Weltenbrand entfesselt. Für dieses Deutschland hat Marlene nur Verachtung übrig. Alles, was sie von Hitler wusste oder hörte, war genau das Gegenteil von dem, was sie für Deutschland wollte. Sie machte sich nicht nur um Deutschland Sorgen, sondern um die gesamte Menschheit. Aber auch um die Karriere. Marlene auf dem Schiff, zurück ins friedliche Amerika. Ein neuer Filmvertrag. Ein Western. Rau, aber herzlich. Das ist die neue Marlene. Dieses Lied wird die amerikanischen Soldaten durch den ganzen Krieg begleiten. Wenn ich tot bin, heißt es da, spart euch den Priester und schmeißt lieber eine Lokalrunde. Im selben Jahr wird Marlene Dietrich US-Bürgerin. Ihr amerikanischer Pass. Der Name Maria Magdalene Sieber. Ihr alter deutscher Name. Aber das Geburtsdatum ändert sie auf 1904. Die Diva nutzt die Gelegenheit und macht sich drei Jahre jünger. Eine Geheimakte des FBI. Amerika misstraut seinen deutschen Neubürgern. Die Dietrich, ein Spion? Hunderte Seiten Verdächtigungen und Spitzelberichte. Einem Agenten erzählt sie, sie halte Hitler nicht für einen normalen Menschen. Aber sie wisse, dass er ein Faible für sie habe. Und sie für ihn? Die Agenten zweifeln. Ein beschlagnahmter Film aus den Archiven des US-Geheimdienstes. Deutsche Auswanderer in New Jersey als begeisterte Hitler-Anhänger. Führerträume, tausende Kilometer vom Deutschen Reich entfernt. Das FBI beobachtet die Deutsch-Amerikaner genau. Kann es sein, so fragen sich die Agenten, dass auch Marlene Dietrich ihre Gegnerschaft zu Hitlers Reich nur vorgibt? Eine abschließende Notiz von 1967. Sie hatte nie Sympathie für Nazi-Deutschland, heißt es da. Jetzt ist es amtlich. Marlene Dietrich, Hitlers Gegnerin. 1941 zeigt sie das in aller Öffentlichkeit. Sie wirbt für den Kriegseintritt der USA. Krieg gegen ihre alte Heimat, Deutschland. Von den Emigranten weiß sie, worum es geht. Sie tat alles, um den Emigranten zu helfen, die vom Regime verfolgt in den Konzentrationslagern gewesen waren. Sie half gemeinsam mit anderen Leuten in Hollywood. 1942. Amerika im Krieg. Ein Abend in der Hollywood-Kanteen. Totenbetreuung mit Glanz und Glamour. Und Stars. Marlene Dietrich ganz nah, mit jungen Soldaten, die morgen in den Krieg ziehen werden. Zärtliche Umarmung vor den Kameras der Wochenschau. Ernst gemeinter Trost. Oder nur die Pose eines Stars. Jede so große Schauspielerin steht immer auf einem Grad, wo sie denkt, könnte das nicht morgen vorbei sein. Und zur Überprüfung dessen, was man wirkt, wie man wirkt, dienen solche Sachen wie das Tanzen in Hollywood mit Soldaten auf Urlaub oder Soldaten, die zur Front gehen, dient dazu ganz genauso, weil man gleichzeitig sich eine Bestätigung verschafft und einen patriotischen Dienst leistet und auch noch sich in die Pflicht nimmt. Da kommt auf das Schönste zusammen. Ich glaube, in solchen Momenten war ihre Psyche total beruhigt und zufrieden. Der Einsatz bei der Truppe wird ihr neues Element. 1944 bringt ein Transportflugzeug sie mitten in den Krieg. Der Marschbefehl nennt das Ziel Nordafrika. Marlene Dietrich zieht jetzt in ihren persönlichen Krieg gegen Hitler. An die Front. Aus Anstandsgefühl wird sie später sagen. Die Diva wird Soldat. Das FBI kennt noch andere Gründe als Patriotismus. Es ziehe sie zu Jean Gabin, mit dem sie eine heftige Affäre habe, ist in der Geheimakte zu lesen. Sie habe ihn am Haken, berichten die Spitze. Zwei Stars in Uniform. Der Krieg führt sie so seltsam und so kurz zusammen. Marlenes neue Arbeitsstelle, Algier, Lichtjahre von Hollywood entfernt. Die neue Pflicht, Singen und Tanzen für einfache Soldaten. Die Dietrich findet ein neues Publikum. Und die GIs lieben die neue Marlene. Vor allem ihre Lieder. Sie singt die deutsche Soldatenhungle, Lily Marlene, in englischer Sprache. Sentimentale Töne, die alle Fronten überwinden. Beide Seiten haben es geliebt. Manchmal konnte man an der Front hören, wie die deutschen Soldaten Lily Marlene sangen. Und wir haben zur gleichen Zeit die Version von Marlene gehört. Die italienische Küste. Die Alliierten sind gelandet. Ende Mai 1944 folgt Marlene Dietrich den US-Truppen. Jetzt ist sie in der Kampfzone. Oft unmittelbar vor den Linien der Wehrmacht, in der er Neffe dient. Die Wirklichkeit des Krieges. Marlene besucht Lazarette und Krankenhäuser. Macht den Verwundeten Mut. Mit Hollywood-Lächeln. Und preußischer Disziplin. Man fragte sich, warum sie an die Front kam. Freiwillig. Denn es war wirklich gefährlich für sie. Vielleicht wollte sie etwas klarstellen. Es hat uns wirklich überrascht, dass sie kam. Vor allem, weil sonst keiner kam. Sommer 1944. Gerade ist Marlene von einer schweren Lungenentzündung genesen, die sie sich an der Front zugezogen hatte. Das Mikrofon als Waffe gegen Hitler. Lässig verkündet sie, dass der Sieg in Italien unmittelbar bevorstehe. Krieg auf amerikanische Art. Mit der passenden Begleitmusik. Marlenes Western-Hit als Stimmungsmacher. Aber zehntausende sterben beim Vormarsch auf Rom. Und die große, erbitterte Schlacht steht noch bevor. Die friedliche Atmosphäre unter südlicher Sonne täuscht. Auch das modische Sommerkleidchen, das Marlene bei ihrem Auftritt vor 20.000 Soldaten trägt. Auch ihr professionelles Entertainer-Lächeln. Von der Bühne verließ sie eine Meldung, die den blutigen Ernst dieses furchtbaren Krieges ins Gedächtnis ruft. Die Invasion der Alliierten hat begonnen. In der Normandie. Die Day. Der tödliche Streich gegen Hitler-Deutschland. Doch im Feuer der Wehrmacht lassen am ersten Tag zweieinhalbtausend alliierte Soldaten ihr Leben. Hohe Verluste. Können andere Strategien sie verringern? Washington D.C. Amerikanisches Nationalarchiv. Im Bestand des militärischen Geheimdienstes eine besondere Akte. Ihr Codename Music Project. Die detaillierte Beschreibung eines ungewöhnlichen Auftrags und im Zentrum dieser Operation ein Star. Marlene Dietrich. Ziel des Geheimunternehmens? Demoralisierung der deutschen Wehrmacht. Sentimentale Lieder mit deutschen Texten sollen die Kriegsmüdigkeit von Hitlers Truppen fördern. Schallplatten für einen Geheimsender. Musik, die die Ohren deutscher Soldaten erreichen soll. Marlene singt von Tod und Untergang. Nun kam die Erde Zeit, nun blüht der Mond so rot. Und dort am Goldebrand, da wartet der Tod. Er schaut mich an und ich habe Angst um dich. Angst. Auch Marlene kennt dieses Gefühl. Denn die Bomber der Alliierten, die jeden Tag Kurs auf Deutschland nehmen, erreichen auch Berlin. Erreichen auch das Haus ihrer Kindheit. Erreichen auch ihre Mutter, die immer noch in Hitlers Hauptstadt lebt. Sie war dankbar, dass die Amerikaner sie aufgenommen hatten. Dass die Amerikaner ihr ein sogenanntes Asylrecht gewährt haben. Und sie hat dann noch, können Sie sich da nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn man in Amerika in absoluter Sicherheit lebt und man weiß, dass in Berlin die Mutter geblieben ist und dass sie den Bombeneinsätzen der Alliierten ausgesetzt ist. Und man dennoch wünscht, dass nicht die Deutschen, sondern die Alliierten diesen Krieg gewinnen, damit endlich Frieden herrschen kann und die Deutschen von diesem System, von dem sie sich nicht selbst befreien konnten, durch die Alliierten befreit werden. Das waren so in etwa sinngemäß ihre Worte. Das befreite Paris im August 1944. Alles fast wieder wie vor dem Krieg. Paris, die Stadt der Flaneure und der Liebenden. Marlene sieht den Schriftsteller Ernest Hemingway wieder. Er nennt sie liebevoll, mein Crowd, sie ihn, den Papst meiner persönlichen Kirche. Zwei Amerikaner in Paris. Eröffnung der Stage Door Canteen, eines Clubs für die Alliierten Soldaten. Karbst 44, Tommy Dorsey spielt auf und das Publikum swingt. Marlenes Soldatenhymne, das Lied vom lustigen Tod, klingt in Paris besonders schmissig. Ein Gefühl von Normalität. Der braune Albtraum, jetzt wird er weggesungen. Sie holte sich einen unserer Jungs auf die Bühne, tanzte mit ihm herum, sehr eng, rieb sich an ihm und brachte seine Hormone in Ballung. Und unsere auch. Sie hat ihn wirklich heiß gemacht. Und spätestens da tobte der ganze Saal. Marlene Dietrich, die Soldatin. Eine Frau unter Männern. Ein Star. Eine Siegerin. Eine Amerikanerin. Und eine Deutsche. Eine Deutsche im Glück. Ich glaube, sie hat es genossen. Sie hat es genossen. Sie hat das Bad in der Menge genossen. Sie konnte sich das Leben nur in Beziehungen inszenieren. Es gab nur heiß und kalt. Es gab nur Nähe oder Entfernung. Und wenn Sie so wollen, ist Ihre Geschichte mit Deutschland auch eine Liebesgeschichte mit einer, mit einem frühen Liebesglück, blaue Enge, mit einer langen Trennung und mit einer nie geglückten Heimkehr. Die Heimkehr in einem amerikanischen Jeep ist eine Heimkehr in ein fremdes Deutschland. Ein zerstörtes Deutschland. Die Menschen, die ihr begegnen, sind vom Krieg gebrochen. Eine geschlagene Nation. Nicht nur Soldaten und überzeugte Nazis, auch ganz normale Deutsche sind es, die jetzt für Hitlers Wahn bezahlen müssen. Deprimierende Rückkehr. Und auf noch Schlimmeres fährt Marlene an diesem Frühlingstag zu. Sie kam in einem Jeep, trug einen amerikanischen Stahlhelm und fragte nach dem Hauptquartier. Natürlich wurde jeder amerikanische Offizier dorthin gebracht. Ich sagte routinemäßig, okay, bringt ihn rein. Nein, es ist eine Frau, sagt meine Leute. Da war ich überrascht. Das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Marlene besucht dieses Lager des Grauens, weil sie hofft, hier ihre Schwester wiederzufinden. Als Häftling, wie sie vermutet. Doch in Wirklichkeit hat die Schwester eine Kantine der Wehrmacht betrieben, ganz in der Nähe des Lagers. Die Schwester, sie entpuppt sich als deutsche Mitläuferin. Niemals wird Marlene ihr verzeichen. Und niemals wird sie vergessen, was sie an diesem Tage in Bergen-Belsen sieht. Ich habe ihr das Todescamp gezeigt mit den Leichenbergen und sagte, sehen Sie sich das an. Das habe ich bei ihr getan. Andere Leute haben wir nie ins Todeslager geführt mit den lebenden Skeletten und den aufgereihten Leichen. Und bedenken Sie, man muss das wissen, die Toten wurden mit Bulldozern in Massengräber geschoben. Sie sagte nichts, aber selbstverständlich hinterließ es Spuren, tiefe Spuren. Hitler ist tot. Und das Bild, das so viele deutsche Wände schmückte, ist jetzt das Ziel für Wurfpfeile. Doch es ist kein Spiel, was die Menschen im Nachkriegsdeutschland erwartet. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich ein Weg nach dem Traum, wie ich sein wäre. Wenn ich mir was wünschen dürfte, singt Marlene. Und sie sucht in den Trümmern der Stadt nach ihrer Mutter. Wilhelmina von Losch hat überlebt, mit 69 Jahren. Und als sei die Umarmung nach 13 Jahren ein ersehnter Abschluss, schon wenige Monate später stirbt die Mutter. Im kalten Winter 1945. Marlene kehrt zurück nach Amerika. In die andere Heimat. Die schönere, die unzerstörte. Die Heimat der Sieger, die den Triumph auf ihre Weise feiern. Jetzt sind sie gut für Siegesparaden. Die schönen Beine der Marlene. Man hat sie abgestempelt zur Soldatenhure. Und die Deutschen haben das also so genommen, dass sie sagt, die ist als Siegerin hierher gekommen. Jetzt soll sie doch auch bei ihren Siegern bleiben. Die hat die Geschmacklosigkeit besessen, uns in ihrer Uniform zu besuchen. Und wir haben bis heute zu ihr ein gespaltenes Verhältnis. Ein gespaltenes Verhältnis zu einer, die nicht Deutschlands, sondern Hitlers Feindin war. Ihr Besuch 1960 in Berlin wirkt wie ein Versöhnungsversuch. Strahlende Gesichter, Blumen. Als sei nichts gewesen. In Wirklichkeit bleibt Distanz. Haben Sie sich das ungefähr so vorgestellt hier, auf dem Flughafen, haben Sie sich das ungefähr so vorgestellt, dass so viele hier sind? Ja. Ja? Freuen Sie sich denn ein bisschen auf Berlin, seien Sie doch das wenig. Natürlich, sonst wäre ich noch nicht gekommen. Marlene, go home. Marlene, hau ab. Hitlers Schatten fällt noch immer auf seine Gegnerin. Im Grunde hatten diese Leute auch gar kein Gefühl oder wenig Gefühl für die fast preußische Haltung, die es als Pflicht empfand, das ihr Mögliche auf ihre Weise zu tun, um gegen Hitler zu kämpfen. Die liebten mich und hassten mich. Das ist der selben Zeit. Und da waren sehr nette Menschen auch. Und da war der Willy Brandt damals da und da bin ich gegangen. Und wir haben da miteinander gesprochen. Und da war so eine richtige Frau, eine Berlinerin. Und die sagte zu mir, na, wollen wir uns mal wieder vertragen? Aber da waren natürlich viele andere, die wollten mir das nicht verzeihen. Und das sind ja alle Liebesverhältnisse. Wenn der eine weggeht, ist der andere Bese. Das ist ja nichts zu tun. Ich habe sie gefragt, haben Sie denn viel wiedergefunden? Und sie hat gesagt, es ist viel mehr zerstört worden als die Häuser. Ich habe sie hämungslos bewundert. Das war eine schöne und attraktive Frau. Und nur als mein Blick dann runterging zu ihren Händen, habe ich festgestellt, die waren nicht geliftet. Und es waren die Hände einer alten Frau. Marlene. Eine Diva, die nicht altern will und doch von ihren alten Liedern lebt. Und altem Ruhm. An der Missgunst vieler Deutscher leidet sie. Sie war eine trotzige alte Dame, schreibt später die Kritik. In ihrer Heimat Berlin will sie nicht mehr leben. Im Herbst 75 fällt für sie der letzte Vorhang. Sie sagte eben, nein, ich will also keinen Menschen mehr sehen. Nachdem ich sie merkte, die Schönheit, diese äußere Schönheit verblasst. Was ich immer sehr bedauert habe. Rückzug in die Einsamkeit. Sie verordnet. Flaschen, Bücher, Tabletten. Alles in Griffnähe. Davor das Fernsehgerät. Guckloch nach draußen. Und das Telefon, das Sprachrohr. Niemals mehr wird sie sich in der Öffentlichkeit zeigen. Nur ihre Stimme dringt nach draußen. Auch die Antwort auf die Frage, die so viele Deutsche stellen. Wenn jemand ihnen sagt, da töten die da die Kinder, Hunderttausende von Menschen, braucht das da einen großen Mut, sich zu entscheiden, welche Seite man nimmt? Nein. Dass das Deutschland war, da konnte ich ja nun nichts helfen. Erst der Tod hat Marlene nach Berlin zurückgebracht. Leben wollte sie in Deutschland nicht. Ihre letzte Ruhe finden schon. Marlene und die Deutschen. Eine schwierige Liebe. Aber doch eine Liebe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Of sich nichts vor einem Glas zu , St fillet hin und brechen. AberFept Psalm Höfe